Liebe Landsleute, liebe Freunde, ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Das neue Jahr 2022 liegt vor uns. Wir alle fragen uns, was es bringen mag. Die einen eher hoffnungsvoll, andere dagegen mit Sorgen im Herzen. Finden wir endlich einen Ausweg aus der Endgusschleife einer zunehmend orientierungslosen Corona-Politik? Können wir, können unsere Kinder und Enkel wieder freier atmen und normal leben? Behalten wir unseren Lebensstandard, unser soziales Umfeld und unseren Arbeitsplatz? Wird die Inflation, unser Erspartes, unsere Altersvorsorge und unsere Renten Zug um Zug aufzehren und entwerten? Wir gehen in dieses Jahr mit einer neuen Regierung, aber mit ungelösten alten Problemen. Mancher kann sich des Eindrucks nicht erwehren, unser Land wäre aus den Fugen geraten. Mit Ministern, die zielgerichtet an den Sorgen und Nöten der Bürger vorbeireden und mit widersprüchlichen Ansagen Panik schüren und Stimmungsmache betreiben. Und mit einem Kanzler, der keine rote Linie mehr anerkennen will, als stünde er über der Verfassung und der die Bürger wie Untertanen in Volkssame und Ungehorsame einteilt und Letztere aus der Gesellschaft ausgrenzen will. Lassen wir uns nicht spalten und auseinanderdividieren. Besinnen wir uns in diesen Tagen, die wir im vertrauten Kreis unserer Lieben verbringen, auf das Wesentliche, den Zusammenhalt in der Familie und in unserem intakten sozialen Umfeld, der jenseits aller äußeren Zumutungen, das stärkste und wichtigste Fundament unseres Gemeinwesens ist und bleibt. Liebe Freunde, hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr. Der souveräne Wiedereinzug einer starken AfD-Fraktion in den Deutschen Bundestag hat eindrucksvoll bestätigt, gerade in diesen Zeiten werden wir mehr denn je gebraucht, als starke Stimme für die Freiheit und für die Bürgerrechte, die für all jeden Bürger eintritt, die von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten werden. Die ganz normalen Leute, die morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, ihre Kinder erziehen, die jedes Jahr härter arbeiten müssen und trotzdem nicht mehr in der Tasche haben, die einfach nur ihr Leben leben wollen, ohne dass politische Besserwisser ihnen in ihren Bereich ihres Lebens hineinreden und sie zu gängeln versuchen. Sie wissen, dass Sie in uns einen verlässlichen Anwalt und einen engagierten Vertreter haben. Wenn die letzten Wochen und Monate etwas erwiesen haben, dann das. Die AfD ist die einzige politische Kraft, die ihre Wahlversprechen nicht gebrochen und ihre Wähler nicht hinters Licht geführt hat. Das wird auch im kommenden Jahr so bleiben und auch in den allen weiteren Jahren. Auf dieses Versprechen können Sie sich verlassen. Schauen wir deshalb mit Zuversicht nach vorne. Lassen Sie uns auch im neuen Jahr mit all unserer Kraft daran arbeiten, Vernunft und Augenmaß wieder zur Geltung zu bringen und unser Land und unsere Identität, unsere Republik und unsere rechtsstaatlichen Institutionen zu verteidigen und zu bewahren. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein gutes und erfolgreiches 2022.